meine das ist auch meine gehört einfach alles mir ja metallscherben nämlich gerne mit so da sind wir ja auch hier wo wir hinwollten spur markieren ja ok wo ist der langgegangen hier lang dann folgen wir einmal der spur da haben wir ja schon ein bisschen was geschafft brutstätte vor allem sicher noch nützlich sein na und wie das ja auch und tag hallo die red wer bist du die karawane schickt mich karawane welche die sabotierte du dachtest keine sprengpfeile keine überlebenden keine zeugen deiner tat dazu fremde ich habe schulden wenn ich nicht zahle werden die mir den kopf abreißen pech gehabt dass da keine schulden gemacht der kann sich umsichtbar machen ein pirscher ist das dein fucking ernst na warte die hinterlassen hier so eine so eine peil dinge wenn du da zu nah dran läufst wissen die genau wo du bist jetzt heißt es gucken wo der ist das nehme ich mit ich weiß nicht wo er ist leider gerade aktuell ich habe mir nicht mehr konnte nicht so schnell markieren ich glaube fast er ist oben hallo was hängst du dir da fest immer an jedem baum oder was er hat mich gibt es nicht zu sehen kann ich nicht wo ist er denn da muss irgendwo da oben sein da ist auch aua boah wie schnell das hey ich bin gerutscht du schwein alt quatsch ja das genau hier abgelegt den baum da ok das klappt überhaupt nicht bei ihm was zumal der ist echt verdammt schnell Diesmal nicht mein Freund. Das war's für mich. Alter, dieser kleine... Schwäche, ja, Abriss. Habe ich aber nicht. Mhm. Unfassbar. Diese Kackmaschine. Der lebt wohl noch. Die Karawane. Leben Sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie, meine Sünden. Da ins Paradies guckst du sie nicht. So, Sade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Will ich denn der jetzt da... Ich hab nicht gelacht. Nein, Quatsch. Wir müssen unbedingt mal gucken, dass wir diesen blöden Abrissmist bekommen. Hier. Das zum einen. Aber mit einem Bogen brauchen wir unbedingt diesen Abrissgedöns. Das nehmen wir auch mal mit. Gut. Da sind wir durch. Da oben ist noch ein Panorama und eine verseuchte Dings. Jagdglück. Finde den Ring. Ja. Ja, gut. Da gehen wir wohl als nächstes hin, hm? Altes Waffenlager. Ja, das können wir ja auch noch nicht. Ja, glück, genau das wollte ich. Entschuldigung. Dauerte mal ein bisschen. So, dieses Vieh haben wir jetzt auch erfolgreich gekillt. Nach... Gefühlt weiß ich nicht wie lang. Das hatten wir eben abgeschlagen. Nein. Tut mir leid, Häschen, aber ich brauche Fleisch und so. Herstellen Tränke. Kann ich immer noch nicht. Fettes Fleisch und reichhaltiges Fleisch. Gold. Oh. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Fettes Fleisch. Ich kann aber auch kein fettes Fleisch mal nehmen. Äh. Bum, 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 bum. Ich habe nichts, was ich irgendwie... ...wegwerfen könnte. Hier, das mache ich jetzt mal weg. Fettes Fleisch. Ich kann kein fettes Fleisch mal nehmen. Warum nicht? Gott. Ich wollte gerade überbrücken. Mann. Aber sie war nicht schnell genug. Ich muss unbedingt die Tränke herstellen. Das ist echt so wichtig. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Jawohl. 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 Mehr auch nicht. Ich zeige dich. Hast du meine Feedback? Okay, das hat ja gut geklappt. Ich habe jetzt daraus einen Monstergraser gemacht. Im Hals, ernsthaft? Hat das Wildschwein diesen Ring gefressen? Gut. Das nehmen wir uns mal noch mit. Das Lagerfeuer da hinten. Ist nämlich nicht so weit weg. Dann haben wir das. Und das nehmen wir auch noch mit. Und so. Weil ich ja einfach ein Dammelfrieg bin. Oha. Na, da gehen wir doch mal hin, ne? Das Land wüstet nach Regen. Ich weniger. Kann ich den auch überbrücken? Kann ich. Oh, wie gut. Wir sehen uns wieder. Okay.